10 Nintendo Switch Spiele, die man kaufen sollte und ich habe jetzt mal nicht so die klassischen Exklusivgames, da habe ich ja schon einige Videos zu gemacht, was sind die besten Exklusivgames und bla 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 bla, verlinke ich euch einfach mal hier oben, da könnt ihr da natürlich nur mal schauen, sondern es gibt einfach mal Spiele, die nicht unbedingt exklusiv sein müssen, sondern die einfach auf den Nintendo Switch laufen und da habe ich mal 10 rausgesucht, wo ich denke, da kann man nicht viel falsch machen, wenn man natürlich das Genre mag oder eben halt nicht mag. Deswegen legen wir gleich los, ich werde ein bisschen was zu den Spielen einzeln sagen, was mir gut gefallen hat oder so, was mir halt eben gerade einfällt. Ja, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, dann herzlich willkommen und wenn ihr mehr Nintendo Switch Konde mögt, lasst doch gerne ein kostenloses Audo da, aktiviert die Glocke, verpasst ihr in Zukunft kein Video mehr und gerne könnt ihr auch mal meinen Partner Instant Gaming abchecken, wenn ihr zum Beispiel beim kostenlosen Gewinnspiel mitmachen möchtet, Link dazu unten in der Videobeschreibung oder einfach Guthaben Karten ein bisschen sparen, ihr wisst sicherlich Bescheid. Ich hole jetzt einfach gleich hier so ein Spiel hervor, ihr seht das gar nicht, liegen hier vor mir und ja, die ist keine Reihenfolge. Ich habe jetzt einfach hier so hingelegt, rausgesucht, hinten aus meiner Sammlung, muss ich nachher wieder einsortieren, alphabetisch, kann eine Weile dauern und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem ersten und zwar ist das Assassin's Creed die Azeo Collection. Und ich muss sagen, ich liebe Assassin's Creed auf der Switch, weil auch hier muss man sagen, Ubisoft oder wer auch immer die Portierung von den Spielen macht, macht großartige Leistungen oder zumindest ist es immer sehr, sehr gute Portierung. Hier in der Collection, die gibt es in der physischen Version, ich verlinke euch auch alle Spiele unten bei Amazon noch einmal, falls ihr da irgendwas von kaufen wollt, da sind auch alle Links unten in der Videobeschreibung verlinkt, wollte ich euch nur erwähnen, habe ich gerade glaube ich vergessen. Auf jeden Fall ist hierbei Assassin's Creed Brotherhood Revelations und Assassin's Creed 2 für mich eh mit der Azeo Collection oder die Spiele, die hier drauf sind, mit die besten Assassin's Creed Teile. Danach hat mich Assassin's Creed auch so ein bisschen verloren, muss ich sagen, die habe ich damals mega gut gespielt. Hier sind auch noch irgendwelche andere Inhalte, also sind alle DLCs drin und angepasste Touchpad-Steuerung, angepasste Steuerung generell an die Switch und wie gesagt, die Spiele laufen für den Umfang, also das sind ja auch meistens keine kleinen Spiele, wirklich sehr, sehr gut auf der Switch. Für mich definitiv eine Kaufempfehlung, wie auch kostet bei Amazon irgendwie 42 Euro, digital weiß ich nicht, wahrscheinlich ähnlich, kann man sich auf jeden Fall mal merken und dann wird so Assassin's Creed für unterwegs, ist das glaube ich eine ganz, ganz coole Aktion. Das nächste Spiel ist noch gar nicht so lange draußen, wir haben es gespielt auf Twitch, ich habe es so gespielt, ich liebe es einfach, ich liebe generell Lego-Spiele und natürlich die Rede von Lego Star Wars in der Skywalker-Saga. Ewig drauf gewartet, tausendmal angekündigt, nie erschienen, ist jetzt draußen und ja, es ist wie erwartet ein sehr, sehr cooles Spiel, sehr nah an den Film angelegt. Natürlich gibt es genug Szenen, die im Film, ja ich sag mal, überhaupt nichts zu suchen haben, aber typisch Lego, eben halt ein großartiges Spiel, es wurde häufig verkauft auch und in der Steuerung hat man jetzt so ein bisschen was anderes gemacht, man sieht, wenn man schießt zum Beispiel ist es in der Third Vision und so, aber ansonsten halt die klassischen Lego-Humor vor allen Dingen. Ich fand es so ein bisschen schade, muss ich gestehen, dass man bei einigen Szenen so weit abgewischen ist und das irgendwie gar keinen Zusammenhang hatte. Es ist aber in Ordnung, wie gesagt, für Fans von Lego Star Wars generell werden das schon sicherlich merken, was richtig ist und was vielleicht nicht so ganz in Ordnung war von der Story her. Ja, ich finde es gut, dass man die ganzen Teile nachspielen kann. Es ist ein bisschen, man ist relativ schnell durch, wenn man jetzt nicht auf 100% geht oder sowas, ist es jetzt nicht so ein großes Spiel, aber definitiv gibt es da genug Möglichkeiten, genug Missionen. Auf der Switch, ich habe es von Day One gespielt, hatten ja viele einige Probleme, Performance, ich hatte die nicht oder nicht so gemerkt, die Ladezeiten waren am Anfang ein bisschen schwierig, aber es gibt jetzt auch mittlerweile schon das zweite Update oder ich glaube das zweite Performance-Update für die Switch und muss sagen, es läuft wirklich super. Also ich habe damit wenig Probleme gehabt, es gab mal ein paar Missionen, die Probleme hatten, aber konsolenübergreifend, nicht nur auf der Switch, sondern auf allen. Auch das ist behoben, definitiv auch von mir eine Kaufempfehlung. Und dann habe ich ein Spiel, habe ich schon vor längerer Zeit mal gespielt, ich habe es digital, habe es mir dann nochmal in der physischen Version geholt und zwar ist die Rede von Nexomon Extinction. Und was soll ich sagen, für alle, die natürlich Pokémon mögen, ist es eigentlich das viel bessere Pokémon. Natürlich ist es nicht so bekannt und deswegen ist es halt auch nicht so im Hype, aber allein die Story und allein die Charaktere und der Humor und einfach alles ist es für mich einfach vom Gameplay her das deutlich bessere Pokémon. Und deswegen, alle, die eben halt gerne irgendwie sowas sammeln, kann ich das nur ans Herz legen. Ich muss gestehen, dass ich das Spiel hier schon, boah, ich weiß nicht, vor zwei Jahren gezockt habe. Also so tausendprozentig kann ich mich nicht mehr daran erinnern, aber ich weiß eben halt, dass wir da schon Spaß hatten. Damals habe ich auch auf YouTube gestreamt und wir haben das, glaube ich, auch hier ein paar aus der Community haben das gezockt und konnten das eigentlich auch bestätigen, wie das ein sehr, sehr schönes Spiel ist. Und ich fand die Story einfach schön und die, ja, einfach die Charaktere hatten viel mehr Charakter als bei Pokémon und irgendwie so einen dämischen Rivalen wie Hopp oder so, der einem ständig hinterherläuft, ständig das Gleiche macht und sagt, ja, keine Ahnung, sollte sich vielleicht Game Freak mal einfach mal zu Gemüte führen und anwenden auf sein eigenes Spiel. Nexomon Extinction definitiv eine Empfehlung von mir. Ja, und viele wissen auch, dass ich zum Beispiel mit, ja, so JRPGs, RPGs in der ganzen, ja, wahnsinnig viel Spaß habe. Ich aber oft nie spiele, weil das so wahnsinnig viele Spielstunden sind und wenn man so viel spielt, tut man sich mit, also ich zumindest persönlich mit RPGs schwierig. Allerdings mit Ni no Kuni, ja, muss ich mal gucken, wie der Fluch der Weißen Königin, was was ganz anderes. Also es hat sich nicht so grindlastig angefühlt, auch wenn man grinden muss, muss man gestehen. Ich habe das Spiel durchgehabt in 35 Stunden oder so und was eine sehr, sehr gute Spielzeit ist. Man kann natürlich auch mehr Spielzeit darin verbringen, gar keine Frage, Leute. Also gibt es jede Menge Nebenquests, wenn ihr das wollt, könnt ihr das machen. Aber es hat sich nicht so grindlastig angefühlt, wie zum Beispiel bei Brewery Default 2 hatte ich eher das Gefühl, du wirst zum Grinden verdonnert. Wie gesagt, Ni no Kuni auch, aber es hat sich nicht so angefühlt, zumal man auch hier in den Kämpfen sich relativ frei bewegen kann. Und was ich auch mal ganz schön finde, anstatt dieses klassisch Rundenbasierte. Und ja, Grafik brauchen wir nicht drüber reden, ist wunderbar. Tröpfchen, unser treuer Begleiter oder generell unsere Begleiter, aber insbesondere Tröpfchen, haut viele, viele coole Sprüche raus. Also für mich wirklich, und es läuft super auf der Switch, muss man einfach dazu sagen, wer RPGs mag und hiervon noch nie was gehört hat, es gibt auch den zweiten Teil auf der Switch, den habe ich noch nicht gespielt, deswegen kann ich da nichts zu sagen, aber der Fluch der Weißen Königin, definitiv Kaufempfehlung. Ich habe auch ein Exklusivspiel für die Nintendo Switch dabei und zwar ist die Rede von Ring Fit Adventure. Ich wollte das einfach nochmal mit reinnehmen, weil man hier einen sehr, 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 sehr guten Job gemacht hat. Denn es ist ein super Sportsgame, gar keine Frage. Es hat sich natürlich auch wahnsinnig verkauft, ich glaube mittlerweile 10, 11, 12 Millionen Mal, ich weiß gar nicht mehr, aber sicherlich auch der Pandemie damals geschuldet. Fitnessstudios haben zugemacht und so. Und dann kam natürlich Ring Fit Adventure wie gerufen. Es hätte sich aber sicherlich nicht so häufig verkauft, aber es hat auch sehr gute Reviews bekommen. Denn das ganze System ist gut und es ist anstrengend. Je nachdem, welches Level ihr euch einstellt, macht das echt mega Spaß und es ist mega anstrengend. Also man kann hier wirklich teilweise schon auch seine Fitness definitiv verbessern und das spielerisch. Und man sollte halt auch nur auch ein bisschen an seine, ich sag mal, Leistungsgrenzen einigermaßen gehen und hier nicht irgendwas so Pille-Palle einstellen. Ja, dann kann ich auch im Stuhl sitzen und bleiben meinen kleinen Zeh bewegen. Aber ansonsten hervorragend. DLC wäre auch ganz cool. Vielleicht war ja schon die Nintendo Direct. Ich bin ja dann wahrscheinlich im Urlaub und nehme das ja hier vorher auf. Vielleicht wurde das sogar schon in DLC dazu angekündigt. Dann freue ich mich natürlich umso mehr. Die nächsten Spiele habe ich tatsächlich erst auf dem PC gespielt, also angespielt, muss ich dazu sagen. Und dann wurde das auf der Direct mal angekündigt für die Switch und habe gesagt, wie cool ist das denn? Denn Survival Games haben wir nicht so viele. Erstmal die Rede ist von Subnautica und Subnautica Below Zero. Ich bin großer Fan von Survival Games. Wir haben auch Green Hell auf der Switch und wir haben verschiedene Survival Games auf der Switch. Und ich finde es immer gut, wenn wir Survival Games haben. Also A, mag ich die Spiele, aber es gibt halt nicht so viele auf der Switch. Und deswegen habe ich mich mit Subnautica extrem gefreut. Habe es, wie gesagt, auf dem PC damals angezockt. Also hatte so ungefähr einen Vergleich. Und ich war sehr, sehr positiv überrascht über den Port. Grafisch brauchen wir uns nichts vormachen. Ich meine, das ist kein PC, ist klar. Aber ich finde, im Handheld-Modus wie auch im Dock-Modus läuft es ordentlich. Natürlich ist das so teilweise unter Wasser so ein bisschen verschwommen. Und natürlich ist die, aber klar, ja, also Portierungen sind meistens, also sagen wir mal so, es ist eine sehr gute Portierung. Es gibt andere Portierungen, wo man sich an den Kopf packt und sagt, was ist das denn, was denn da passiert? Das läuft meistens entweder im Handheld gut oder im Dock-Modus. Aber Subnautica lief bei mir wirklich in beiden gut. Ich fand die Grafik sehr, sehr schön und ansprechend. Und wer auf Survival Games steht und gerade so ein Unterwasser-Setting mag, was ich sehr schön finde auch und tatsächlich auch optisch gut aussieht. Ich habe das auf dem OLED-Modell nochmal gespielt, das sieht mega aus. Ja, auch von mir hier eine Kaufempfehlung. Ob ihr jetzt beide braucht Below Zero oder nicht, ich habe mir das damals im Doppelpack geholt. Aber sehr, sehr ansprechend auf jeden Fall und auf jeden Fall was für Freunde von, wie heißt es, Survival Games. Auch schon häufiger in meinen E-Shop-Videos erwähnt, gibt es natürlich auch physisch. Ich habe es erst digital damals gekauft und habe es mir dann aber auch in der physischen geholt, weil ich immer sage, okay, wenn mir digitale Spiele gut gefallen, die es dann auch physisch gibt, kaufe ich sie mir. Und zwar ist die Rede von Children of Mortar. Ganz häufig im Angebot für ein paar Euro wirklich ein sehr cool Roguelike-Dungeon-Crawler und der Extraklasse, möchte ich sagen. Mit einer Megastory, denn das Coole hier an diesem Roguelike ist eigentlich, dass man nie das Gefühl hat, dass man wieder von vorne anfängt. Weil die Story irgendwie weitererzählt wird. Ja, wir schalten immer viel mehr Familienmitglieder frei. Wir können, ein Levelsystem ist mit dabei. Es ist einfach nie langweilig. Auch wenn wir diese Dungeons, sage ich jetzt mal, natürlich immer wieder wiederholen müssen, bis wir dann eben ein entsprechendes Level oder Upgrade haben, um das halt einfach irgendwann zu bestehen. Das ist ja auch der Sinn dieser Spiele. Aber da die Story immer weitergeht und die Story wirklich schön ist, ist es ein hervorragendes Game und ich glaube, es wird einfach unterschätzt. Ich finde die Pixel-Grafik auch sehr, sehr schön, muss man definitiv sagen. Und wer so Roguelike irgendwas mag, Leute, kauft es euch ganz oft im Angebot wieder für ein paar Euro. Definitiv lohnenswert. Ich würde euch sogar empfehlen, einfach die physische Version zu holen. Sieht cool aus, kann man ins Regal stellen. Aber wenn ihr sparen wollt, im E-Shop einfach mal nachschauen, fast jeden Monat im Angebot. Mit diesem Spiel hatte ich so viel Spaß, weil es einfach Klamauk ist. Und ich hatte damals irgendwie ein Spiel gesucht, GTA-Ersatz für die Switch gibt es natürlich nicht so wirklich. Natürlich haben wir jetzt die Trilogie GTA, gar keine Frage. Aber vorher gab es ja halt nichts. Und dann habe ich mir mal geholt Saints Row 4 Re-Elected. Und dieses Spiel ist, ja, Hammer. Es hat so viel Spaß gemacht. Und man muss tatsächlich sagen, dass die Story ist natürlich abgedreht. Also wir sind der Präsident und wir kommen in so eine Matrix und wir müssen die ganzen Aliens da kaputt machen. Wir können mega hoch springen und müssen dann irgendwelche Waffen sammeln und gegen Aliens kämpfen und sowas. Es ist absolut abgedreht. Also storymäßig ist es abgedreht. Wir können Versicherungsbetrug machen. Aber cool. Das Spiel ist einfach sehr, sehr cool. Auch häufig im Angebot, im eShop, müsst ihr einfach mal nachgucken. Kostet meistens auch wirklich nur ein paar Euro. Und für alle eben, die was so GTA-mäßiges suchen, ist Re-Elected, also der vierte Teil, sicherlich der Klamauk. Es gibt auch den dritten Teil, der ist seriöser, kann man ja schon fast gar nicht sagen. Aber eben, sag ich mal, eben halt, ja, nicht so Science-Fiction-mäßig ist. So, und hier ist es eben halt mit Hochspringen und Fähigkeiten-Leveln und da können wir alles kaputt bleiben. Aber mega cool. Also kann ich jedem nur empfehlen, wie er eben halt so GTA-Spiele mag. Auch sehr gute Portierung für die Switch, meiner Meinung nach zumindest. Das nächste ist, habe ich glaube ich schon auch mal ein paar Mal erwähnt und ich möchte es einfach nochmal mit reinnehmen, weil ich hier nochmal die Multiplayer-Komponente herausrehen möchte. Die Rede ist von The Survivalists. In Survivalists landen, standen wir auf einer Insel und craften unseren Weg dadurch, ja, müssten natürlich Materialien sammeln, das ist halt typische Crafting-Sache, ja. Der Vorteil hier ist, nee, hier gibt es auch noch Affen. Und die Affen können wir uns zähmen und trainieren, uns entweder beim Craften zu helfen oder zu kämpfen. Denn auch hier gibt es kleine Dungeons, wo wir uns durchkämpfen müssen, um an Materialien zu kommen, bessere Waffen zu kommen und sonstiges. Natürlich ein Pixelspiel, ich mag das ja. Und ja, das Coole an der Sache ist eigentlich der Multiplayer, denn wir können mit mehreren Spielern hier diese Reise gemeinsam machen. Und wir haben das auch schon teilweise mal gemacht und das ist mega witzig. Es funktioniert sehr, sehr gut. Manchmal hatten wir so ein bisschen Probleme, so mit den Lags und sowas, aber das ist halt leider bei der Nintendo Switch einfach mal der Fall. Das wissen wir ja alle, aber im Großen und Ganzen lief das cool. Wie gesagt, insbesondere mit dem Affen trainieren, der Affen, auch im Singleplayer-Modus macht es wirklich viel Spaß. Aber für mich schon ein Spiel, den man fast im Multiplayer spielen muss. Und von daher, das Survival ist auch häufig im Angebot. Definitiv eine Empfehlung. Und das letzte Spiel, was ich heute für euch habe von den 10, ist auf jeden Fall ein großartiges Spiel. Plattformunabhängig. Und als es auf die Switch kam, habe ich gesagt, wie haben die das nur gemacht? Und die Rede ist von The Witcher 3, was ich hier in der Complete Edition habe. Und natürlich möchte ich am Anfang sagen, wer eine andere Konsole hat, egal welche, wo dieses Spiel drauf läuft, dann kauft euch The Witcher 3 definitiv nicht für die Switch. Denn ihr werdet, es ist optisch natürlich ein Highlight auf einer anderen Konsole. Aber manchmal hat man nur die Nintendo Switch oder möchte was für unterwegs portabel haben. Und dann muss ich sagen, The Witcher 3, es sieht natürlich, nochmal klarer Fall, kann nicht so aussehen wie auf den anderen Konsolen. Aber so ein riesen Game umgesetzt auf die Nintendo Switch ist Wahnsinn. Und die Portierung ist im Verhältnis dazu, dass es so ein riesen Open-World-Game ist, gut. Also nochmal, gar keine Frage, es ist optisch, man sieht es natürlich, aber es ist umgesetzt. Und ich muss gestehen, dass wir, wenn man nur eine Switch hat und trotzdem einen Genuss von mit eins der besten Games des letzten Jahrzehntes spielen zu wollen, dann ist es natürlich schön, dass so ein Spiel auf die Switch kommt. Hier sieht man allerdings natürlich dann auch, dass wir uns vielleicht mal, naja, es schön wäre, mehr Power auf der Switch zu haben, um solche Spiele noch mehr genießen zu können. Aber nochmal so ein großes Spiel mit einer großartigen Story auf der Switch spielen zu können, finde ich bemerkenswert. Ja, das waren meine zehn Games für euch heute. Vielleicht stelle ich mir nochmal andere vor, ja, nicht immer diesen ganzen random, exklusiv Zeug. Wenn ihr noch geile Games habt, schreibt es mir unten in die Kommentare, vielleicht suche ich da mal was von raus, vielleicht habe ich doch einige Sachen noch nicht von gespielt, wer weiß es, und für alle anderen ist er sicherlich auch hilfreich.